Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Wo es geht, würde ich sagen, starte ich gleich durch die Themen durch. Zum einen hat Microsoft angekündigt, per 5. Mai kommt Forza Street auf dem iPhone und auf dem iPad an, kann aktuell vorgestellt werden, das gleiche gilt für Android. Wer also spielen mag auf dem mobilen Device, ein grosses Spiel, das man von der Xbox her kennt und vom PC, der sollte zuschlagen. Ich habe es mir vorgestellt, auch wenn ich mir viel mehr Forza Horizon für die mobile Plattform wünschen würde. Dann haben wir Deutschland, ja Brandenburger Tesla-Fabrik. Ihr habt es sicherlich mitbekommen, Tesla baut ja eine Fabrik in Berlin und ist da schon auf sehr grosse Gegenliebe gestossen, Hashtag Not. Und jetzt geht es weiter, anscheinend ist der Untergrund nicht ganz so, wie man es sich gedacht hat und da muss man noch ein bisschen nachpflegen, respektive ein bisschen mehr Geld reinschießen und ein bisschen mehr wahrscheinlich Zeit einrechnen und das Ganze nochmals umplanen. Wir dürfen gespannt sein, wie es weitergeht und ob sie es schaffen werden, ab Mitte 2021 die ersten Teslas daraus rollen zu lassen. Weil, ja, wir Schweizer hoffen natürlich auch ganz stark, dass das Ganze darüber funktioniert oder bis dann funktioniert. Denn die neuen Tesla-Geräte, also Fahrzeuge, die werden wie angekündigt von Elon Musk über Berlin ausgeliefert und nicht über Amerika. Somit sind wir auch da abhängig von euch, liebe Deutsche. Macht mal vorwärts. Und ja, es ist ein grosses Teil. Ich weiss, aber ihr schafft das, zusammenzubasteln. Genau. Dann haben wir Neuigkeiten von Apples und Googles Front. Die beiden spannen zusammen im Bereich Covid-19. Sie möchten gemeinsame APIs und Zugänge schaffen, um Apps, die eben genau die Verfolgungsgeschichte von Coronavirus etc. bewerkstelligen, in Einklang zu bringen und auf eine gemeinsame Plattform zu bringen. Und da soll es auch eine gemeinsame Bluetooth-Schnittstelle geben etc. Da dürfen wir gespannt sein, wie das wird und ob die Schnittstellen dann auch später noch bestehen bleiben oder ob man die wieder schliessen wird. Hashtag Datenschutz in dem Bereich. Dann gibt es endlich die Neuigkeit von Instagram, auf die wir schon länger warten. Die direkten Nachrichten sind jetzt eigentlich überall bei jedem oder sollten bei jedem angekommen sein, jetzt auch im Desktop. Das heisst, Antworten kann man jetzt da auch im Desktop posten nach wie vor nicht, sofern man nicht auf den einen oder anderen Trick zurückgreift. Dann schlussendlich noch Apple Originals. Seit gestern Abend 23 Uhr stellt Apple eine ausgewählte Reihe an Apple Originals auf der Apple TV Plus App kostenlos zur Verfügung. Die gibt es ja, wie ihr vielleicht wisst, auf dem iPhone, iPad, iPod Touch, auf dem Mac, auf der Apple TV, aber danach auf gewissen Smart TVs von LG, von Sony, von Samsung und auch auf Media Center Lösungen wie dem Fire TV von Amazon oder Roku Geräten. Welche das sind, schaut nach auf der Daily, genau, in der Daily, daily.geektalk.ch, auf der Webseite oder im Podcatcher, euer Wahl, da ist ein Link verbaut, wo ihr das Ganze euch dann anklicken und durchlesen könnt. In dem Sinne wünschen der Achim und ich euch ein wunderschönes Osterfest und das gleiche tut auch meine Tochter, ja, Homeoffice, deshalb. Schönen Ostern. Dankeschön. Tschüss zusammen. Adieu. Hört mehr Geek Talk.